Hallöchen, euer Rusch83 ist leider leider krank wie ihr hören könnt, deswegen wird es heute an diesem Montag keinen Livestream von mir geben, aber um euch ein bisschen zu entschädigen habe ich gestern am Sonntag bereits dieses Video hier aufgenommen, denn ich verlose als kleine Entschädigung für den ausgefallenen Stream bzw. verschobenen Stream ein paar Kleinigkeiten, und zwar einmal gibt es ein YouTube Gewinnspiel und einmal gibt es ein Instagram Gewinnspiel und ihr könnt dabei ein paar schöne Sachen gewinnen und das ganze wird ausgelost im nächsten Livestream und zwar werde ich zwischen heute und nächsten Montag, sofern ich wieder gesund bin, auf jeden Fall noch einen Stream einschieben, entweder Donnerstag, Freitag oder Samstag, vielleicht auch Sonntag werde ich noch einen Livestream einschieben in der Hoffnung, dass ich dann wieder gesund bin oder gesund genug zum Stream, heute geht das leider nicht, und da werden wir live, hier steht es auch noch mal, Gewinner live im Stream ausziehen, aber wichtig, das seht ihr auf dem unteren Schild, sie müssen im Stream anwesend sein, sonst gewinnt der Nächste, das heißt nur wer auch im nächsten Livestream da ist, der kann seinen Gewinn auch bekommen, ist derjenige nicht da und antwortet nicht in kürzester Zeit, ich sage 1-2 Minuten, dann wird direkt der Nächste bezogen. So, wie könnt ihr also das gewinnen und was gibt es zu gewinnen? Ich zeige es euch mal schnell. Und zwar, wenn wir jetzt mal hier reingehen, dann schauen wir uns als allererstes mal über die YouTube-Kiste an, also der Glückliche, der bei YouTube gewinnt, bekommt von mir 20.000 Dollar, steht auf diesem Schild hier, das Schild bekommt ihr nicht, ihr bekommt die 20.000 Dollar, einen weißen Prefix, der auch irgendwas um die 25.000 wert ist und ein Beacon, den ich dann auf deinen Namen, auf den Gewinnernamen noch signieren werde. Das ist also euer Gewinn, knapp um die 50k oder 45 bis 50k, die ihr gewinnen könnt, hier auf YouTube und für die Leute, die bei Instagram mitmachen wollen, die kriegen einen Spawn Enderman Egg, ebenfalls 20k und einen signierten Beacon, also hier auch ein Wert zwischen 30.000, 30.000 Dollar. Lohnt sich also mitzumachen. Wie könnt ihr also gewinnen? Hier auf YouTube müsst ihr einfach Hashtag Gesundheit einen Kommentar verfassen. Bitte schreibt mir was Nettes rein, ein paar schöne Grüße oder so für mich und rein Hashtag Gesundheit. Wenn ihr Hashtag Gesundheit kommentiert unter diesem Video hier, also das, was ihr gerade schaut, dann seid ihr mit in der Verlosung dabei. Es reicht theoretisch auch Hashtag Gesundheit, wichtig ist aber, dass ihr euren Ingame Namen und euren CB auch dazu schreibt schon und so könnt ihr Hashtag Gesundheit, Ingame Namen und CB, könnt ihr die YouTube Kiste gewinnen. Für Instagram ist es so, ich werde gleich noch einen Artikel auf Instagram hochladen, ein Bild hochladen, wo es um das Gewinnspiel geht und da müsst ihr das gleiche machen, das heißt, ihr kommentiert das Bild auf Instagram mit Hashtag Gesundheit und vielleicht noch zwei, drei netten Worten dazu, Ingame Namen und CB und bei Instagram markiert ihr bitte noch drei Freunde von euch. Bitte jeweils drei Freunde auf Instagram mit markieren, die auch dann das ganze Gewinnspiel sehen und so die Chance haben, ebenfalls teilzunehmen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, drei Freunde markiert, Hashtag Gesundheit und Ingame Name und CB, dann habt ihr also die Chance, den Instagram-Gewinn abzuräumen. Auf Instagram heiße ich übrigens rouge-83, für die, die mich da noch nicht abonniert haben. Wenn ihr mitbekommen wollt, wann die Auslosung ist oder auch live im Stream dabei sein wollt, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch eine Meldung bekommt, wenn ich live komme, denn dieser Stream wird nicht langfristig vorher angekündigt, das wird dann spontaner werden. So, dann möchte ich euch noch schnell eine Kleinigkeit zeigen und dann lege ich mich wieder in mein Bett. Und zwar habe ich, wenn ihr auf CB16 zu PH Gift geht, habe ich hier ein kleines Häuschen vorbereitet und da könnt ihr mich unterstützen. Einmal spenden für Abo-Special-Events, das heißt, wenn das nächste Mal ein Abo-Special kommt, könnt ihr mich hier, wenn ihr sagt, ihr feiert den Kanal und ich finde das gut, was ich mache, dann könnt ihr mir hier eine Spende einwerfen, da hinten kommt dann keiner mehr rein, wir müssen hier nochmal kurz gucken, dass hier nicht irgendwie eine Fledermaus oder so drinsteht und dann könnt ihr da die Sachen einwerfen und ich hole mir die irgendwann raus und wenn ihr sagt, ihr möchtet einfach sowas zum Verlosen im Stream oder so spenden, um den Kanal zu unterstützen, dann könnt ihr hier rechts reingehen, gleicher Aufbau. PH Gift, Gift für Englisch, Geschenk. Viel Spaß damit. Ich wünsche allen, die Teilnehmer viel Glück. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, hier könnt ihr spenden lassen, PH Gift auf CW16, ihr könnt gern auf Instagram am Gewinnspiel teilnehmen, RUGE-83 reinschreiben, Hashtag Gesundheit, die dann drei Freunde markieren im Beitrag und Ingame-Name und CB eintragen und auf YouTube einfach hier unter das Video kommentieren, Hashtag Gesundheit, vielleicht noch einen netten Gruß für mich dalassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr auf jeden Fall mitbekommt, wann ich den Ersatzstream für heute mache. Alles klar. Dann war es das auch schon wieder, euer RUGE-83, ich lege mich ins Bett, macht's gut, bis demnächst. RUGE-83, bis demnächst. toddун facebook. ihr